Hallo bei euromill.com, ich möchte mit euch heute ein Vollkornbrot mit einem Joghurtaufstrich zubereiten und wir brauchen dafür eine Schnitte Vollkornbrot, griechischen Joghurt, 10% Estragon, Senf, Pfeffer und Keimsprossen nach eurer Wahl und eurem Geschmack. Ich verrühre das Joghurt jetzt mit Senf und Pfeffer. Auf Salz habe ich ganz bewusst verzichtet, denn ich habe schon Salz im Senf drinnen und ich möchte einfach den Geschmack der Sprossen ganz besonders hervorheben. Ich gebe jetzt noch ein paar geschnittene Kresse Sprossen mit hinein und damit werde ich jetzt mein Vollkornbrot schön dick bestreichen. Ich kann hier jetzt mein Brot noch mit gezupften Sprossen und so habe ich einen ganz ganz feinen Snick, entweder schon Power für das Frühstück oder für zwischendurch. Aus den Sprossen bekomme ich Geschmack, Energie und Vitamine. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung gibt es wie immer unter www.euromill.com.